In einer Welt voller Herausforderungen ist es wichtig, Lichtblicke der Hoffnung zu schaffen. Mein Lauf um die Welt gegen das Stigma des Suizides ist ein Aufruf zum Kampf gegen ein Problem, das uns alle von heute auf morgen betreffen kann. Depressionen und Suizidalität. Durch persönlichen Kontakt unterstütze ich suizidale Menschen und Familien, die einen Verlust erlitten haben, weit über das Pflanzen der Bäume der Erinnerung hinaus. Dieser oft auch lebensrettende Einsatz bringt nicht nur Trost und schafft neuen Lebensmut, sondern fördert auch den Verein Trees of Memory e.V., der sich unter anderem der Suizidprävention widmet, zum Beispiel mit Workshops an Schulen. Der gemeinnützige Verein lässt Familien nach einem Suizid kostenlose persönliche Hilfestellung zuteil werden lassen und vieles mehr. Mein Lauf um die Welt hilft dabei, neue Mitglieder zu gewinnen, die sich in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten und Betroffenen engagieren. Er trägt aber auch zur Sichtbarmachung bei, denn du bist nicht allein. Trees of Memory. Mein Lauf um die Welt ist ein weltweit sichtbares Zeichen der Hoffnung und ein Plädoyer, Ja zum Leben zu sagen, denn Depressionen und Suizidalität sind heilbar und keine endgültigen Erkrankungen. Mit einer einfachen Spende von nur einem Euro im Monat kann jeder einen wirkungsvollen Beitrag leisten, damit Menschen auf der ganzen Welt angesprochen werden können. Lass uns ein starkes Ja zum Leben sagen, einander Halt geben. Deine Stimme, deine Hilfe, dein Miteinander können Leben verändern und retten. Reden und füreinander da sein rettet Leben. Deshalb benötige ich deine Unterstützung, denn allein schaffe ich es einfach nicht. Bitte sei dabei. Danke.